Bei Marnis arbeiten wir weiterhin daran, die Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte verantwortungsvoll zu gewährleisten, die für so viele Familien auf der ganzen Welt wichtiger denn je sind. Bei Marnis haben wir die anspruchsvollsten Qualitätszertifizierungen weltweit. Seit Beginn des Ausnahmezustands arbeiten wir weiterhin mit äußerster Strenge und auch mit extremen Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben die Hygienemaßnahmen intensiviert und spezifische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Sicherheit unserer Produkte, die frei von Covid-19 sind, zu gewährleisten. Außerdem befindet sich unsere Firma Marnis in einer der Regionen Europas mit der niedrigsten Inzidenz von Fällen von Covid-19. Heute und immer sind Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden das Wichtigste für die Marnis-Familie. Deine Sicherheit ist unsere Priorität. Wir stoppen dieses Virus gemeinsam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017